Eine Zahnbra 1 Viertel CKI ist eine permanente Lassung FA 1 Viertel R den Ersatz von fehlenden Z-Aninen und kann Ihr Latschellen verbessern sowie Ihre Kauffunktion wiederherstellen. Doch um sicherzustellen, dass Ihre Zahnbra 1 Viertel CKI lange HLT und gut aussieht, ist es wichtig, sie angemessen zu pflegen. In diesem Video werden wir Ihnen einige Tipps geben, wie Sie Ihre Zahnbra 1 Viertel CKI richtig pflegen kann. 1. Regelma Eiges Z-Aniputzen Das A und O der Zahnbra 1 Viertel Kenpflege ist Regelma Eiges Z-Aniputzen. Verwenden Sie eine weiche Zahnbra 1 Viertel RSTE und eine fluoridhaltige Zahnpasta, um Ihre Zahnbra 1 Viertel CKI taglich zu reinigen. BA 1 Viertel lasten Sie sowohl die Ober- als auch die Unterseite Ihrer Zahnbra 1 Viertel CKI GA 1 Viertel endlich, um Essensreste und Plak zu entfernen. 2. Zahnseide und Interdentalba 1 Viertel RSTE verwenden Zusatzlich zum Z-Aniputzen sollten Sie auch Zahnseide und Interdentalba 1 Viertel RSTE verwenden, um die Zwischenraum E Ihrer Zahnbra 1 Viertel CKI zu reinigen. Dies ist besonders wichtig, da Essensreste sich dort leicht ansammeln und Caris verursachen kann ihn. 3. Mundspare 1 Viertel Lung verwenden Eine antibakterielle Mundspare 1 Viertel Lung kann dazu beitragen, Bakterien abzutaten und Zahnfleischentzah 1 Viertel Endungen zu verhindern. Spa 1 Viertel LEN Sie regelmaeig mit einer Mundspare 1 Viertel Lung, um Ihre Zahnbra 1 Viertel CKI sauber und gesund zu halten. 4. Regelmaeige Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt Um sicherzustellen, dass Ihre Zahnbra 1 Viertel CKI gut sitzt und keine Schadin davon getragen hat, ist es wichtig, regelmaeige Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt durchzufahren 1 Viertel REN. Ihr Zahnarzt kann Probleme fra 1 Viertel zeitig erkennen und behandeln, bevor Sie zu ernsthaften Problemen fa 1 Viertel REN. 5. Vermeiden Sie harte oder klebrige Lebensmittel Um Ihre Zahnbra 1 Viertel CKI nicht zu beschadigen, sollten Sie harte oder klebrige Lebensmittel vermeiden. Diese kann Ihnen dazu fa 1 Viertel REN, dass Ihre Zahnbra 1 Viertel CKI bricht oder sich lockert. Stattdessen sollten Sie auf weiche und zahnschonende Lebensmittel achten. 6. Vermeiden Sie das Z-ANIGNERSCHEN Das Z-ANIGNERSCHEN kann Ihre Zahnbra 1 Viertel CKI beschadigen und zu Verschleier fa 1 Viertel REN. Wenn Sie nachts Z-ANIGNERSCHEN, sollten Sie mit Ihrem Zahnarzt A 1 Viertel BER eine Aufbesschiene sprechen, um Ihre Zahnbra 1 Viertel CKI zu Scha 1 Viertel 10. 7. Diskutieren Sie mit Ihrem Zahnarzt A 1 Viertel BER spezielle Reinigungsprodukte Ihr Zahnarzt kann Ihnen spezielle Reinigungsprodukte empfehlen, die fa 1 Viertel R Ihre Zahnbra 1 Viertel CKI am besten geeignet sind. Diese kann Ihnen dazu beitragen, Ihre Zahnbra 1 Viertel CKI sauber zu halten und Beschadigungen vorzubeugen. Insgesamt ist die Pflege Ihrer Zahnbra 1 Viertel CKI entscheidend, um deren Haltbarkeit und Arztetik zu gewahre leisten. Indem Sie regelmaig Ihre Zahnbra 1 Viertel CKI reinigen, den Rat Ihres Zahnarztes befolgen und auf Ihre Ernährung achten, kann Ihnen Sie sicherstellen, dass Ihre Zahnbra 1 Viertel CKI lange HLT und Ihr Latschellen strahlend bleibt. Wir hoffen, dass Ihnen diese Tipps helfen, Ihre Zahnbra 1 Viertel CKI optimal zu pflegen und Ihre Mundgesundheit zu erhalten. Wenn Sie weitere Fragen zur Pflege Ihrer Zahnbra 1 Viertel CKI haben, zahl gern Sie nicht, sich an Ihren Zahnarzt zu wenden. Ihre Zahnbra 1 Viertel CKI wird es Ihnen danken und Sie kann ihn weiterhin selbstbewusst latschellen.